Moin! Heute möchte ich euch ein 3-in-1 Handheld-Messgerät des Herstellers Joy IT vorstellen. Es handelt sich dabei um ein Handheld-Messgerät, das die drei Funktionen Oszilloskop, Multimeter und Signalgenerator in sich vereint. Reichelt-Fans werden das Gerät sicherlich schon kennen, denn es ist nämlich Teil unseres aktuellen Katalog-Covers, denn auf dem chinesischen Markt ist das schon seit einigen Jahren erhältlich, das heißt viele werden sicherlich auch schon mal gerade in einigen Import-Online-Shops damit in Kontakt gekommen sein. Auf dem deutschen Markt existiert dieses Gerät jetzt allerdings seit dem letzten November. Ich bin selber schon ganz gespannt, denn ich freue mich trotzdem immer, wenn auf diesem Messgerätemarkt mal innovative neue Produkte kommen und ich würde sagen, wir greifen uns einfach mal den Koffer, in dem sich das befindet und packen das jetzt direkt mal aus. Was ich bei einigen portablen Geräten immer sehr schwierig finde, ist, wenn sie zwar portabel schreiben, aber gar nicht richtig portabel sind. Ihr seht schon, wir haben hier eine sehr robuste Hartschalentasche, das ist also schon mal der erste Teil. Was immer noch schwierig wird, wenn die Geräte tatsächlich am Ende entweder eine zu kurze Akkulaufzeit haben oder das Display nicht richtig funktioniert. Also da gibt es massig Probleme, die auftreten können und ich hoffe, dass das bei diesem Gerät einfach viel, viel besser funktioniert. Wir machen den Koffer einfach mal auf. Hier haben wir schon mal das Messgerät in der Folie verpackt. Ich lege das erstmal beiseite, da kommen wir gleich noch mal zu. Dann haben wir auf der gleichen Seite noch den USB-Ladeadapter, mit dem ihr das Gerät später aufladen könnt. Das ist akkubetrieben mit zwei 18650 Lithium-Akkus, die also auch ordentlich Kapazität mitbringen. Da könnt ihr bis zu 24 Stunden im Dauerbetrieb oder bis zu einem Monat im Standbybetrieb mit arbeiten. Also da sind wir auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Ihr seht also hier, ihr habt hier diese beiden Ladekabel. Ganz wichtig noch mal zu beachten, aktuelle Technologie wird unterstützt. Ihr habt hier einen USB-C Ladeadapter. Auf der anderen Seite findet ihr dann die Messleitungen, die alle noch mit dabei sind. Hier haben wir Koko-Klemmen, zwei Stück an der Zahl, die beide dann wieder mit diesem BNC-Anschluss ans Oszilloskop angebracht werden können, womit ihr dann eben auch an eurer Baugruppe oder an eurer Platine die Messleitungen entsprechend anbringen könnt. Für die Multimeter-Funktion haben wir hier in Plastik verpackt noch mal normale Messleitungen. Ich lasse die jetzt einfach mal drin. Das sind Standard-Prüfspitzen mit dem 4 mm Sicherheitsstecker. Ihr könntet also auch eure Standardleitungen, die ihr schon zu Hause habt, einfach weiterverwenden. Das letzte was sich noch in diesem Koffer befindet, ist dann die kurze Bedienungsanleitung. Und ganz wichtig, auf der Rückseite, ich packe den auch noch gleich aus, den Tastkopf, den ihr für die Oszilloskop-Funktion benötigt. Was ich hier schade finde, wir haben ein 2-Kanal Oszilloskop mit 70 MHz Bandbreite. Der Hersteller hat allerdings nur einen Tastkopf beigelegt. Das heißt, wenn ihr tatsächlich über zwei Kanäle mit Tastköpfen abgreifen wollt, müsst ihr euch noch einen zweiten Tastkopf dazu ordern. Ansonsten könnt ihr natürlich hier auch mit den Koko-Klemmen arbeiten. Da sind ja zwei Stück noch an der Zahl dabei. Und bei dem Tastkopf, der ist auch, ich sag mal, relativ standardmäßig. Ihr habt eure Koko-Klemme, ihr habt hier vorne eure Klammer, mit der ihr dann eben auch am Bauteil abgreifen könnt. Ihr könnt umschalten zwischen X1 und X10. Das heißt, wie wollt ihr, dass die Spannung an eurem Oszilloskop angezeigt wird. Eignet es natürlich vor allem dann, wenn besonders hohe Spannungen damit abgegriffen werden, damit das Oszilloskop einfach nicht die hohen Ausschläge zeigt. Hier habt ihr noch einige Adapter. Da habt ihr eigentlich nur Abdeckungen. Ihr habt farbliche Markierungen, mit denen ihr dann zum Beispiel die Messleitungen kennzeichnen könnt. Also hier wurde auf jeden Fall an alles gedacht, außer an den zweiten Tastkopf. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, aber in diesem Fall kann man das auf jeden Fall verschmerzen. Ich lege das jetzt erstmal beiseite und packe euch hier das Messgerät nochmal aus. So. Und dann sehen wir, wir haben hier ein richtig großes, robustes Messgerät, aber immer noch von der Bauform her ziemlich kompakt. In diesem kompakten Messgerät sind also nicht nur drei Messgeräte vereint, also das Oszilloskop, der Signalgenerator und das Multimeter, sondern ihr habt hier auch noch ein schönes, kompaktes und robustes Gehäuse. Wenn man sich das hier mal von außen anguckt, ich zeige euch das einfach mal, haben wir hier an der Seite unsere Ports, womit wir später dann eben auch das Gerät aufladen können. Die verbergen sich hier unter einer Gummiabdeckung, die zum Glück sehr dicht ist und deswegen kriegt man die auch nur schwer auf. Wenn ihr euch mal die Rückseite anschaut, dann seht ihr hier oben die Aufnahme für das Sicherheitsschloss. Ist ganz praktisch, wenn man zum Beispiel in der Berufsschule oder am Laborarbeitsplatz das Gerät vor Diebstahl oder Unbefugtem Entfernen einfach schützen möchte. Also ganz nettes Featuren. Was ganz wichtig ist, das kennt ihr auch von den Multimetern mit Sicherheit schon, ihr habt ihren Standfuß, damit könnt ihr das Gerät am Ende sicher auf euren Arbeitsplatz stellen und da passiert nichts. Was ich mir hier noch gewünscht hätte, da das Gerät ja auch eine Multimeterfunktion hat, womit man vielleicht doch öfter mal in der Firma unterwegs ist, möchte ich einfach mal zum Beispiel das an meinen Schaltschrank irgendwo dranheften, dass ich einfach sagen kann, ich messe jetzt mal meinen Schaltschrank durch und mein Multimeter hängt an der metallischen Oberfläche nebendran. Also wenn hier noch eine Magnethalterung dabei gewesen wäre, das wäre wirklich on top nochmal super gewesen. Weiterhin habt ihr oben dann eure drei Anschlüsse. Da habt ihr einmal für den ersten Kanal, für den zweiten Kanal und dann nochmal für die Generic Out als BNC Anschlüsse. Da könnt ihr also eure Messstrippen, die bei dem Gerät dabei waren, auch direkt anbringen. Dann haben wir hier oben einmal das große 2,8 Zoll OLED Display. Wir haben hier ganz normal standardmäßig robuste Tasten, die aus so einer Gummibeschichtung sind. Die kennt ihr von vielen anderen Messgeräten sicherlich auch schon und wir haben hier unten nochmal unsere 4 mm Sicherheitsmessbuchsen für eure Prüfleitung. Jetzt machen wir hier einfach mal den iPhone Moment und ich ziehe euch mal die Displayfolie ab, damit wir uns das OLED Display gleich mal in seiner ganzen Pracht anschauen können. So, die kommt einfach mal weg. Dann schalte ich euch das Gerät nochmal an und ihr seht, Bootvorgang geht auch sehr, sehr schnell. Wir haben jetzt hier eine Oberfläche, da ist natürlich nicht ganz so viel zu sehen, aber man sieht auf jeden Fall von der Auflösung her ist das wirklich schon für diese kleine Größe sehr, sehr, sehr gut. Was das Gerät nicht hat, ist ein Touchscreen. Also wenn ihr da ein anderes Gerät braucht, wo ihr wirklich am Oszilloskop selbst nochmal auf dem Touchscreen eure Kurvenverläufe etc., Zoom oder oder ähnliches mitmachen wollt, dann ist das nicht das richtige Gerät für euch. Da gibt es andere, da fügen wir euch gleich den Link auch nochmal mit in die Beschreibung ein, dann könnt ihr euch den anschauen. Ansonsten habt ihr hier auf jeden Fall aber ein sehr scharfes Display, wo ihr alles drauf erkennen könnt. Das Hammer Feature bei diesem Gerät, ihr könnt die Sprache nicht nur in Englisch einstellen, sondern ihr könnt auch wirklich Deutsch und sogar Französisch einstellen. Das heißt also auch für Schüler, Studenten, die vielleicht noch am Anfang ihrer Messtechnikerfahrung sind und vielleicht auch noch ein bisschen jünger sind, die können dann mit diesem Gerät auch in deutscher Sprache richtig schön arbeiten. Und jetzt gehe ich nochmal eben zu Markus in die Technik und er soll mir mal sagen, was er denn von dem Gerät hält. Ich habe mir das eben schon mal angeguckt, was er hier so macht. Also man sieht auf jeden Fall das OLED-Display knackscharf. Was sagst du dazu? Perfekt. Kein besseres. Besser geht es gar nicht. Und ich habe mir auch mal angeschaut, wie stabil dieses Teil hier ist und das ist mir bestimmt auch schon ein paar mal runtergefallen. Andauernd. Andauernd. Aber nichts passiert. Funktioniert immer noch. Also super stabil. Und wenn ich mir deinen Schreibtisch mal so angucke, du hast ja noch so ein paar andere Geräte. Aber ich glaube, da braucht er gar nichts mehr von, oder? Du kannst alles mit dem einen Messgerät machen. Also dranbleiben. Also in dieser Geräte- und Preisklasse ist das wirklich einmalig. Natürlich hat es einige Schwächen, aber dafür bieten wir euch natürlich auch andere Geräte an, wenn ihr die einfach mal vergleichen wollt. Wir haben euch sowohl für dieses Produkt als auch für die vergleichbaren Produkte einfach mal links in die Beschreibung gepackt. Schaut euch die doch einfach mal an und guckt, was für euch da am besten passt. Postet uns auch gerne in die Kommentare, was ihr schon für Erfahrungen vielleicht mit diesem Gerät oder einem ähnlichen Gerät gemacht habt. Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Und wir freuen uns da auf jeden Fall auf euer Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da und denkt dran, den Kanal auch zu abonnieren, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ihr kein Video verpasst. Bis dahin, tschüss!